Ich hab keine Ideen, deswegen, ja, hier sind ein paar Stream-Highlights. Los geht's. Hab's geschafft, glaub ich. Endlich. Endlich. Oh nein, das kann ich mal sein. Das kann ich mal sein. Neben. Oh Gott! Hey! Oh Gott! Okay, voll Konzentrationsmodus. So freck' ich doch gar nicht. Ist das hart? Ja, ist wichtig, dass es hart ist. Ich schaffe dieses Spiel in zwei Jahren nicht, yeah lolol warum singst du mit, das hat sich gereimt, aber ich bin keine anderen Reime mehr, ja, und auch keine Lyrics, weil ich kann keine Songs schreiben, das kann nur lolol, weil er ist so gut drin, oder? Ja. Ja. Ich sag immer, viel Empathie ist besser als weniger Empathie, wenn man nicht so viel Empathie macht. Ja, das sag ich immer. Endgates. Sorry. Oh Gott, wüsstest du denn da? Ich weiß es nicht. Uiuiui. Ich liebe. Wir sind doch. Man. Oh, ja, 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 so, ja, so, ja, so, ja, so, ja, so, ja, so, ja. Ich sage doch, in deine Stille. was soll habe ich gemacht was mache ich denn schon wieder ja hier sind stempel und ich brauche die rahre nicht auch die rahre nicht ja ich habe japanisch geredet oh mein gott also tot ist er ich liebe dieses spiel so sehr das ist mein lieblingsspiel hallo leute und willkommen zu diesem neuen stream von mir dem urge von ganz rechts was über diesmal wieder witzig wenn wir solche witzigen zähnen nicht noch mal verpassen wollt dann schaut doch gerne auf meinen twitch kanal vorbei werde ich irgendwann wieder stream und lolol auch also englisch können könnt ihr auch noch mal bei synlux vorbeischauen da wird auch irgendwann ein bisschen wieder stream ich weiß gar nicht wie ich das video jetzt beenden soll ich aber nichts vorbe-